Freunde, willkommen zu Story of Seasons Friends of Mineral Town. Bevor wir anfangen, muss ich kurz die kleine Harvest Moon-Geschichte erzählen, welche irgendwie gefühlt immer erzählt werden muss, weil die Leute immer nie wissen, was ist eigentlich Harvest Moon, was ist jetzt Story of Seasons und warum ist Harvest Moon nicht mehr das, was es mal war. Harvest Moon ist nicht mehr Harvest Moon, sondern Harvest Moon heißt jetzt Story of Seasons aufgrund von diversen Namensrechten, die für Europa und Amerika gelten, aber nicht für Japan, weil Harvest Moon heißt in Japan einfach vor live schon immer Bokujo Monogatari, was auf Deutsch so viel wie die Farm-Geschichte heißt. Und das wurde dann von einer anderen Firma unter Harvest Moon in Amerika und Deutschland gepublished, was dann darauf hinaus führte, dass sich diese Firma diesen Namen eben sicherte, aber irgendwann die Original-Entwickler-Firma von Harvest Moon dachte, weißt du was, mit euch wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten und wir bringen das Spiel jetzt einfach unter unserer eigenen Publishing-Geschichte heraus. Da kam natürlich das Problem auf, dass sie die Serie nicht weiter Harvest Moon nennen konnten, weil sie die Namensrechte nicht hatten. Entsprechend heißt Harvest Moon jetzt Story of Seasons und das, was Harvest Moon heute ist, ist halt essentiell nicht mehr Harvest Moon. Und im Grunde genommen ist das jetzt das Remake des 3DS, äh, ja nicht des 3DS, das Game Boy Advance Spiels. Und ich bin sehr gespannt, was mich jetzt hier erwartet, weil ich von sehr, sehr vielen Leuten schon gehört habe, dass das hier die beste Experience an Harvest Moon sein soll, die man bekommen kann. Daher würde ich einfach sagen, wir machen die Geschichte einfach mal an und schmeißen uns ein bisschen in Harvest Moon Friends of Mineral Town. Ich hoffe, ich habe den Anfang jetzt einigermaßen, ähm, einigermaßen hinbekommen. Die ganze Geschichte wurde mir übrigens von, 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 von der Marvelous PR zugeschickt. Daher auch ein großes Danke nochmal dafür. Ebenfalls haben sie mir erlaubt, die ganze Geschichte ein bisschen früher schon zu zeigen. Das heißt, ich kann euch unglaublich viel Gameplay der ganzen Geschichte zeigen, schon bevor es rauskommt. Und die ganze Geschichte released am 10. Juli, glaube ich, für Switch und PC. Ich habe hier die Switch-Version und, ähm, ja, würde einfach sagen. Gott, die Polizei kommt schon. Ich darf das noch gar nicht zeigen. Ups. Ähm, auf jeden Fall, beinahe hätten sie mich, aber noch, noch ist nicht der Tag. Ähm, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an und starten mit einem neuen Spiel. Ich glaube, ich möchte den Default Jung haben. Ach, so ein bisschen gebräunt geht schon, wenn ich mich so angucke. Ich glaube, so ein bisschen Farbe kann ich mir ruhig geben. Yes. Mein Name ist, für alle, die mich nicht kennen, Chris. Mein Schwierigkeitsgrad ist normal. Mein Geburtstag ist der 27. Herbst. Das klingt, das sieht doch gut aus, würde ich sagen. Das sieht doch so weit, das sieht doch nach einem Gewinner aus. Also, wenn hier irgendwas, irgendwas, irgendwas richtig gut ist, dann das hier. Los geht's. Eines Tages lag ein besonderer Brief in meinem Briefkasten. Er kam von einem Mann, der sich als Bürgermeister einer kleinen Stadt vorstellte. Nachdem ich den Brief gelesen hatte, habe ich meine Sachen gepackt und mich auf den Weg zum Bahnhof gemacht. und meine Fahrkarte nach Mineralstadt gekauft. Der Ort, an dem mein Großvater seine Farm hatte. Ich muss schon sagen, dass die Musik so ein bisschen nostalgisch macht. Also, trotz der Tatsache, dass wahrscheinlich relativ viele mein Harvest Moon Video gesehen haben, muss ich halt leider auch outen und sagen, dass ich Harvest Moon gar nicht so krass gespielt habe. Also, ich habe halt die Game Boy Color Version damals ohne Ende gespielt. Also, halt richtig, richtig lange. Aber ich hatte halt keinen Game Boy Advance. Ich hatte kein Geld, mir das Ding von Gamecube zu kaufen und dann war irgendwie Harvest Moon für mich erstmal durch. Das heißt, es ist jetzt so das erste richtige Harvest Moon, was ich seit Ewigkeiten mal wieder spiele. Beziehungsweise, das erste Story of Seasons, was ich seit Ewigkeiten mal wieder spiele. Nichtsdestotrotz, ich habe, ich habe Stardew Valley immens doll geliebt und hoffe, dass das hier so ein bisschen Ähnlichkeiten aufwirft. Guten Tag, du bist Chris, nehme ich an. Ich bin Thomas. Einer, es ist mir eine große Ehre, mit der Reichsstadt als Bürgermeister zu vertreten. Hier ist es, das Land, das dir dein Großvater hinterlassen hat. Es ist leider schon länger her, dass sich jemand darum gekümmert hat. Also ist es ein bisschen verkommen. Erinnerst du dich noch an die Zeit, die du hier als Kind verbracht hast? Du hast einen Sommer, deinen Großvater hier besucht. Es tut mir leid, Chris. Wir mussten unseren Familienurlaub für diesen Sommer absagen. Ich konnte mir nicht dafür freinehmen. Es gibt etwas sehr Wichtiges, als ich auf der Arbeit machen muss. Deshalb kann ich nicht weg. Es tut mir so leid. Aber du musst dieses Jahr auf eine Urlaubsreise verzichten. Ich habe einfach zu viel zu tun. Ich werde es wieder gut machen. Versprochen. Es tut mir wirklich leid, Chris, aber bitte hab Verständnis. Wir machen zwar keinen Familienurlaub, aber wir haben deinen Großvater gefragt, ob du diesen Sommer mit ihm verbringen darfst. Seine Farm ist wundervoll. Sie liegt mitten in der Natur und hat alle möglichen Orte zum Erkunden. Du kannst dich entspannen und spielen, so viel du magst. Wir haben schon deine Taschen gepackt. Jetzt raus mit dir und Spaß haben, Mann. Oh, da bist du ja, Chris. Erinnerst du dich an mich? Ich bin dein Opa. Apropos Opa. Oh mein Gott. Ich habe einfach heute ein graues Bata gefunden. Bata. Ein graues Bata, Mann. Ich bin einfach im Spiel als repräsentator officially old. Damals, als ich noch einen farbigen Bart hatte. Es waren noch die guten Tage. Es gibt dir in der Pampa nicht viel zu tun, aber du kannst dich gerne umsehen. Ich werde leider die meiste Zeit mit der Farmarbeit beschäftigt sein und nicht so viel Zeit zum Spielen haben. Aber es gibt ein paar Kinder in deinem Alter in der Stadt. Ich bin sicher, dass sie gerne mit dir spielen werden, also stell dich ruhig vor. Oh, er ist an der Kuh gefallen. Wer ist das? Ach, ja. Jemand hat gesagt, dass der alte Mann von der Farm am Ende der Straße einen Besucher aus der Stadt hat. Das muss ja wohl sein. Ich frage mich, wieso da sonst niemand ist. Spielst du immer alleine? Wow, ich auch. Lass uns beide zusammen einsam sein. Ich mag diesen Ort sehr gerne, deswegen komme ich hier ständig her. Hey, erzähl mir doch was über dich und die Großstadt und so. Wie ist es dort? Wenn du nach Hause gehst, grüß deinen Eltern lieb von mir und sag ihnen, dass ich dich gerne hier zu Besuch hatte. Oh, du gehst schon? Ich werde dich vermissen. Du wirst eines Tages aber zurückkommen, oder? Ich werde für immer auf dich warten und für immer Single bleiben, bis du wieder hier bist. Forever in love. Das ist schon 20 Jahre her. Wie ich sehe, bist du zu einem verantwortungsbewussten Erwachsenen herangewachsen. Das ist eine Anmutung, Alter. Also eine Anmaßung, eine Vermutung, keine Ahnung, ist auf jeden Fall nicht reell. Dein Großvater hat diese kleine Farm sehr geliebt, weißt du? Er wäre sicher froh gewesen, dass du sie geerbt hast. Also was sagst du? Willst du dem Farmleben eine Chance geben? Nein. Ich verstehe. Das ist also ganz deine Entscheidung. Ich möchte dich nicht umstimmen, aber es ist trotzdem schade. Der nächste Zug sollte wohl bald kommen. Falls du abreisen möchtest, also falls du abreisen möchtest, auf Wiedersehen, Chris. Tja, das war cool. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Hatte selten so viel Spaß bei einem Spiel. Es war wundervoll. Ich finde, es war das Geld voll wert. So viele Stunden an Spielspaß hatte ich selten in einem Spiel. Kauft es euch. 10.7. kommt es raus. Okay, warte. Lass uns das nochmal richtig machen. Es hat schon gewonnen, eigentlich. Spiele, die sowas machen, die können nur gut werden. Also, ähm, ja. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Erlaube mir, dich zuerst als neuen Bewohner von Mineralstadt willkommen zu heißen. Also dann, da du der neue Besitzer der Farm bist, denkst du nicht, dass ein neuer Name angebracht ist? Wähl einen Namen. Wie sollen wir die Farm nennen? Hauen sie raus mit den Namensvorschlägen. Ansonsten nenne ich sie einfach wieder Lon Lon Farm. Weil das ist so ein schöner Basic-Name einfach. Das ist halt... Das geht immer. So ein bisschen Seiler-Referenz. Hat auch keiner gegen was gesagt. Gaytopia, Longschlong. Lon Lon ist toll. Lon Lon? Zuhause. Lon Lon geht einfach. Okay, alle sagen Lon Lon. Einstimmig Lon Lon. Lon Lon Farm, ha? Ja, das klingt schön. Eine Farm zu betreiben ist nicht der einfachste Job auf der Welt, aber wenn du dir Mühe gibst, machst du deinen Großvater bestimmt stolz. Also, du bist bestimmt müde von deiner Anreise. Wieso machst du den nicht für den Rest des Tages... Äh, rufst du dich... Wieso machst du dich nicht einfach aus? Oh Gott. Ich muss jetzt meine Pflichten als Bürgermeister... Ach komm. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Morgen beginnt mein neues Leben als Farmer. Ich bin schon ganz aufgeregt. Juhu. Also, es sieht auf jeden Fall cute aus. Grafisch jetzt nicht ultra geil. Wir laufen auch auf so einem Achteck hin und her, was ich auch... Finde ich okay. Kann man machen. Liege ich richtig in der Annahme, dass du noch nie auf einer Farm gearbeitet hast? Ich würde dir gerne einen Rat geben. Mit Bestätigen kannst du mit der Person vor dir reden. und Objekte in der Nähe aufheben. Mit Werkzeug kannst du deinen Gegenstand nutzen, nachdem du ihn ausgerüstet hast. Und wenn du einkaufen möchtest, stell dich an die Theke im Laden und rede mit dem Ladenbesitzer. Aber wenn der Laden geschlossen ist, kannst du zwar mit dem Ladenbesitzer sprechen, aber du kannst nichts kaufen. Es gibt auch noch andere Funktionen. Möchtest du, dass ich die erkläre? Nein. Bist du sicher? Du musst nicht schüchtern sein. Na gut, wenn du darauf bestehst. Wenn du eine Frage hast, findest du auch zu Hause in deinem Bücherregal Antworten. Das ist schließlich deine Farm. Du kannst damit machen, was du möchtest. Aber ich würde dir raten, zuerst ein bisschen Geld zu verdienen, um dir das Leben zu erleichtern. Es gibt zum Beispiel viele Dinge, die du umweitsammeln für etwas, was du verkaufen kannst. Und wenn du deine Arbeit für den Tag erledigt hast, solltest du dir, solltest du durch die Stadt spazieren, die Bewohner kennenlernen. Wenn du der Straße von deiner Farm nach rechts folgst, wirst du auf deine Nachbarn stoßen. Sie plaudern sicher gerne mit dir und geben dir Ratschläge. Ach ja, eine Sache noch. Schau in deinen Werkzeugkasten, wenn du nach Hause kommst. Darin wirst du ein kleines Geschenk finden. Es ist nur mein alter Schrittzähler, aber ich denke, du kannst die mit gebrauchen. Meine Reihstadt ist immerhin ein großer Ort. Es könnte dich interessieren, wie viele Schritte du machst. Also dann, das soll für heute reichen. Ich komme bald wieder vorbei, um nach dir zu sehen. Viel Glück! Hey, ich heiße Zach. Ich kümmere mich um alle Lieferungen. Schön, dich kennenzulernen. Es gibt etwas, das du auf der Arbeit auf der Farm nicht vergessen darfst, okay? Hier, ich zeig's dir. Siehst du das? Das ist die Lieferkiste. Denk immer daran. Die Mifa hat da nämlich gerade einfach zehn Subs reingeliefert. Holy fucking shit. Vielen, vielen, vielen Dank, Mann. Du willst das was verkaufen? Dann pack es in die Kiste. Ich komme jeden Tag um 17 Uhr vorbei und hole den Inhalt ab. Dein Anteil landet dann gleich im Geldbeutel. Praktisch, oder? Oh, aber an Festibeln und Feiertagen komme ich nicht vorbei. Weißt du warum? Weil ich auch mal Freizeit haben will. Wie auch immer, das ist nicht deine einzige Lieferkiste. Es gibt auch eine im Hühnerstall und in der Scheune. Du kannst deine Ernte ebenso verkaufen wie Sachen, die du auf dem Berg gefunden hast. Oh, und Produkte wie Eier, Milch und Wolle natürlich. Und du verstehst das Konzept, oder? Okay, pass gut drauf auf. Äh, pass gut auf. Das ist wichtig. Haar zu arbeiten ist ja toll, aber übertreib's nicht. Wenn dein Gesicht langsam blau wird, bist du kurz vorm Umkippen. Wenn es schon so weit gekommen ist, hör auf und ruh dich einfach aus, okay? Niemand will Urlaub in der Klinik machen. Verstanden? Gut. Ich komme also um 17 Uhr vorbei. Bis dann. Und schon können wir anfangen? Damn, okay. Ey, das ist ja gar keine 13 Stunden Einführkurs, wie dieses Spiel funktioniert, sondern einfach, keine Ahnung, eine Viertelstunde und los geht's. Das ist ja ultra krass, Mann. Damn, okay. Ja, cool. Dann, was, wir können hier rüberhüpfen? Ging das schon immer? Features, Mann. Features. So, ich soll irgendwo nachgucken. Wahrscheinlich hier, ne? Genau. Wir werden wahrscheinlich erstmal das hier brauchen. Das hier, das hier und das hier. Nein, das eigentlich noch gar nicht. Wir können doch nur vier haben bisher, ne? Ah, okay. Aber das können wir noch mitnehmen. Wir müssen erstmal eh ein bisschen feldfrei machen. Von daher passt das eigentlich schon. Oder wir können es einfach einsammeln. Das geht natürlich auch. Es spielt sich flott. Das mag ich gerne. Halt, was mir in so einem Farmspiel mittlerweile echt wichtig ist, ist, dass es sich flott spielt. Halt, ich bin so von Stardew Valley einfach, ähm... Verwöhnt. Dass ich es echt wichtig finde, dass so ein Ding sich einfach so richtig... Das muss so flick, flack, fluck, flop, flott von der Hand gehen. Und das hier geht gerade ziemlich flott von der Hand. Das finde ich super. Halt, ich bin so von Stardew Valley einfach, ähm... Wollt es dir auch anhören können, wie man steuert. Ja, aber es ist halt... Es ist ein Unterschied zwischen, soll ich dir die Steuerung erklären und soll ich dir einfach erstmal jeden einzelnen Bewohner einzeln vorstellen und einfach dich 45 Minuten durch die Stadt führen. Was halt die, ähm, neueren Story of Seasons Teile einfach echt gerne machen. Die sind dann halt einfach so... Hey, es ist dein erster Tag. Komm, ich zeig dir erstmal die Stadt. Und dann musst du erstmal mit allen reden. Und das hat mich echt abgetürnt damals, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Aber das hier finde ich eigentlich ganz cute. So, das mag ich gerade ganz gerne. Ich mag es, dass es halt einfach instant losgeht hier. So, und holy shit. Irgendwie rasten gerade alle aus, Mann. Mushroom Fridge, 34 Monate Sub. Radiant Squid, 55 Monate. Lailanya, 18 Monate. Holy shit, Mann. Ihr seid großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann haut Marizal noch voll viele Bits raus. Meine Tasche ist voll. Ich hab nicht genug Platz. Oh, nein. Aber wir können sie doch bestimmt wegpacken, oder? Okay, das ist live. Danke für den Sub. Holy shit. Falls ihr Twitch Prime, äh, Amazon Prime habt, könnt ihr übrigens kostenlos subscriben. Nur so als, äh, kleine Info am Rande. Halt und weißt du, was dieses Spiel auch schon wieder besser macht als Animal Crossing New Horizons? Dass du einfach so ein, so ein kleines Feld vor dir hast, nur einfach siehst, was du aufhebst und wo du gräbst und sowas. Fun fucking tastisch, okay? Love it. Möchte mehr davon. So, es ist gleich 17 Uhr. Das heißt, wir müssen uns beeilen, dass wir zumindest die restlichen Sachen... Nein! Noch bist du nicht hier. Noch ist, noch ist nicht... Oder? Geht das noch? Keine Ahnung. Ich glaube, wir waren zu spät. Shit. Egal. Alles gut. Ähm. Okay. Und wie kann ich den... Ah, okay. Und so kann ich den benutzen. Kann ich den schon kaputt machen? Okay, mit dem Hammer Stufe 2. Und das ist dann wahrscheinlich auch mit Axt Stufe 2. Das heißt, alles, was ich hier habe, ist noch gar nicht so wichtig und nutzvoll. Nutzsinnig. You know? Das ist aber... Das ist... Das ist cute. Das finde ich süß. Ein Remake vom PSX-Titel sehe ich da. Ich glaube, das ist... Das war der Game Boy Advance Titel eigentlich. Ich mag, dass es effektiver ist, das ganze Ding einfach einzupacken und dann zu verkaufen. Weil das einfach keine Energie verbraucht anscheinend. Und wir kommen halt aufs selbe hinaus. Daher ist unsere erste Aufgabe, einfach mal super viel Stuff einzupacken. GBA ist ein Remake von der PSX. Echt? Das wusste ich nicht. Also ich kenne das Spiel definitiv vom Game Boy Advance. Aber ich wusste nicht, dass das ein Playstation Remake war. Tag vergeht aber recht schnell. Gab es nicht auch einen Harvest Moon für... für den N64? Ich meine aber auch was, oder? Uh. War das für den N64 eigentlich gut? Werkzeugkiste? Habe ich noch irgendwo ein normales Dings? Tisch. Okay. Okay, scheinbar nicht. Kann gegessen und ausgeliefert werden. Dann essen wir die gleich. Das lasse ich mir ja nun nicht nehmen. Aber erstmal gehen wir schlafen. Und zusammen. votes. On den Alzheim. Es ist seltsam. Ich hoffe, ich werde rein. Oh. Die erste Ele 수oliselung. Ich cooperateζ Donc, Hourg Она Perfelskiste? Ich würde nicht nehmen. Es war其 Dame nach dem. Ich wäre es vorbei. Ich bin mit dem Tafelha 대�чик.